Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Brickstory und einem weiteren Infinity Saga Sommer 2021 Set Review und zwar ist das hier Bro Tors New Asgard. Ihr wisst ja Asgard wird zerstört und dann muss sich Thor mit seiner Familie bzw. der Bevölkerung von Asgard ein neues Zuhause suchen, was sie auch getan haben, wie ihr hier oben so leicht angedeutet auf der Verpackung sehen könnt, an einer Art Meer bzw. der Küste, das seht ihr dann hier unten auch noch auf dem Schild, das zeige ich euch gleich nochmal genauer, das Set erscheint für 30 Euro. Ihr könnt schon sehen, wieder dieses Box Art mit Thanos an der Seite, ist natürlich ein Infinity Saga Throwback Set würde ich mal sagen zu Avengers Endgame, hinten dann halt die Thanos Figur als Lego Figur plus drei sehr sehr coole Figuren sind noch am Start. Ich würde sagen wir gucken uns das an, das Ding erscheint für 30 Euro UVP, allerdings auch nur bei bestimmten Fachhändern. Ich kann versuchen dafür ein Angebot mit Vorbestellungsrabatt zu finden, das verlinke ich auch gerne nochmal in der Infobeschreibung. Ich habe es jetzt hier bei meinem Fachhändler in Rosenheim bekommen. Ihr müsst halt mal gucken, vielleicht haben die es schon da, vielleicht haben die es noch nicht da. Rabatt wird hier allerdings sehr sehr schwierig werden, also es ist kein so ein normales Set, was halt irgendwann mit 30% Rabatt rausgehauen wird. Im Karton haben wir dann zwei Bauabschnitte sowie eine relativ große Bauanleitung. Hier hinten ist noch Werbung für die anderen Infinity Saga Sets aus diesem Jahr drin, plus dazu gibt es noch einen Stickerbogen. Schade, dass diese schönen Details hier keine Prints sind, das hätte das ganze Set natürlich nochmal aufgewertet. Und hier haben wir dann das vollständige Set, ich schätze mal so 20 bis 30 Minuten solltet ihr dafür brauchen das Ganze aufzubauen. Das hier sind dann die Ersatzteile, die da auch noch mit dabei sind. Ganz nett ist auch noch hier ein weiteres beprintetes Element und auch nochmal einmal ein weiteres Ruderblatt als Ersatzteil. Plus dann halt diese kleine Sitzecke bzw. Hausecke mit so vielen Details, es ist wirklich vollgestopft bis oben hin. Die Figuren sind aber auch noch ein Highlight. Hier als erstes einmal Bro Thor. Von ihm habe ich mir erwartet, dass er so eine Wampe hat, also ein bisschen so wie Bombur, halt so ein 3D-Element, wo der Bauch dann halt noch rausguckt. Leider nicht. Es ist jetzt hier nur ein Print, auch noch teilweise hier unten auf die Hose gedruckt. Das ist tatsächlich nicht mehr so hell, wie es bei anderen Figuren, zum Beispiel Captain America gewesen ist. Da war der Farbton vollkommen verhunzt. Das ist jetzt hier nicht so. Er hat eine Pizza in der Hand plus eine Flasche auch noch auf der anderen Seite. Cool wäre natürlich noch gewesen, wenn er seine Sonnenbrille gehabt hat. Das ist jetzt hier der Standard-Tor-Kopf halt mit diesen Blitzen, die da aus den Augen kommen. Seine Sonnenbrille, ah die vermisse ich schon. Ich hätte schon ihn gerne mit einer Sonnenbrille noch gehabt als Minifigur. Trotzdem cool, dass sie das Set auch einfach Bro Thor nennen. Plus dazu haben wir dann auch noch einmal Kork. Kork hier jetzt mit einem komplett neuen Mold für seinen Kopf. Den könnt ihr ihm auch abnehmen. Dann seht ihr, er hat da direkt auch noch ein doppelseitiges Gesicht, was so teilweise hinten sogar noch rausguckt, wenn ihr sie umdreht. Ich mag diese Figur. Seine Kaki-Short? Ne, Hawaii-Hemd würde ich das jetzt mal nennen. Ist auch neu hier. Diese Dual-Molded-Arme, die gab es vorher auch noch nicht in dieser Farbe. Plus dazu dann halt auch noch seinen Playstation-Controller. Noob Master ist hier auch noch in diesem Set vertreten. Wartet gleich ab. Plus hier auch noch mal eine weitere Pizza-Ecke in der Hand. Und die enttäuschendste Figur aus diesem Set ist dann hier leider Meek. Er ist auch exklusiv, weil er hier jetzt halt seinen Kopf hat quasi. Allerdings, er hat seine Rüstung nicht mit dabei, die man ja unter anderem in Thor Ragnarok sieht. Und irgendwie sieht er dann doch noch ein bisschen weird aus. Also er hat halt einfach keinen Kopf. Also wie soll er dann laufen mit so irgendwie? Na, weiß ich auch nicht. Mit dabei ist dann auch noch dieses Schild, welches man ja so auch noch im Film sieht, wo dann Professor Hark mit dem Pickup dran vorbeifährt. Welcome to new Asgard. Please drive slowly. Welcome to Tönsberg. Okay, das will ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Plus dazu dann halt noch diese kleine Hausecke. Da habt ihr hier eine Tür, die ihr aufmachen könnt. Ansonsten geht hier jetzt an der Fassade nicht so viel ab. Liegt halt daran, dass es eine ein Block weite Wand ist und auf der Rückseite die ganzen Details verbaut sind. Fenster könnt ihr hier noch aufmachen und ansonsten halt hier reingehen. Dach ist natürlich auch nicht mit enthalten. Es kommt hier wirklich auf das Set an und das würde ich sagen, ist eigentlich so gut wie nur ein Display-Modell, beziehungsweise ein schönes Modell, um es halt hinzustellen oder halt noch ein eigenes Mock zu verwandeln. Wirklich spielen kann man jetzt hier dran nicht so viel. Aber es sind halt so viele Details. Fangen wir hier oben mal mit dem Regal an. Ihr habt da Pfanne mit dabei, so eine Indiana Jones-Peitsche. Wir haben hier oben einen Kelch, Bücher, eine Flasche. Dann haben wir hier diese Waffe von Kork am Start, wo er dann gesagt hat, sie ist nicht wirklich effektiv. Es sei denn, man findet drei Vampire, die miteinander kuscheln, die man damit dann aufpiksen kann. Super cooles Detail, das er noch reinzubringen. Plus dazu dann hier auch noch das Foto. Da haben wir dann Thor mit Valkyrie daneben und auch noch Kork und Meek im Hintergrund. Ja, da seht ihr richtig. Da hat wohl Meek scheinbar da sein Messer in der Hand. Das kann er aber gar nicht in der Hand haben, weil er keine Hand hat. Das ist natürlich ein Sticker, wie ich euch vorhin ja schon gezeigt habe. Plus dazu dann hier der untere Bereich. Da habt ihr erstmal hier diese Couch. Erinnert mich so ein bisschen an die Friends Couch. Die kann man dann auch hier rausnehmen. Liegt halt noch eine Pizza drauf. Und ihr könnt natürlich alle drei hier nebeneinander auch draufsetzen. So ist eigentlich ein stabiler Bild. Ganz cool ist dann hier auch noch dieses Detail. Storm Baker's Pizza wegen Stormbreaker. Der axt dann halt mit einer Pizza. Das ist schon irgendwie cool. Ist leider ein Aufkleber. Also die Axt, die haben wir tatsächlich hier auch noch mit dabei, falls ihr die benutzen wollt. Ja, hat da jetzt auch nicht so einen komplizierten Bild. Unter dem Sofa ist dann so ein kleiner Keks hier noch in der Lücke versteckt. Plus dann hier noch weitere Pizza-Kartons. Auch noch mit einer kompletten Pizza. Und hier auch noch der New Asgard Times. Five years after the blip. Also diesem Schnipser, den Thanos dann gemacht hat, ist halt jetzt alles auf Englisch. Ist natürlich auch ein Aufkleber. Hier dann auch noch ein weiterer Playstation-Controller. Hier hinten das Fass. Das könnt ihr da auch rausnehmen. Und in diesem Fass sind dann hier zwei Stats drin. Das soll natürlich Bier darstellen, wo Thor sich dann nochmal was abzapfen kann. Hier hinten haben wir noch eine kleine Feuerstelle, so wie so eine Kiste. Die Sachen, die hier jetzt drin sind, die sind nicht fest. Das sind halt zwei leere Flaschen. Und nochmal ein Fisch. Da hinten ist eine Klimaanlage. Das macht auf jeden Fall natürlich Sinn, wenn die Klimaanlage direkt neben dem Kamin ist. Eine Schaufel haben wir hier. Ein Kelch. Und da hinten nochmal einen weiteren Pizza-Karton. So wie eine kleine Dose, was weiß ich, Cola, Energy, Fanta. Kulses Detail ist aber dann immer noch hier dieser Fernseher. Ihr könnt schon sehen, was da oben drauf steht. Hier steht Noob M, also für Noob Master. Und dann ist hier Kork mit seinem Charakter, mit Mjolnir. Und auch noch hier einmal Stormbreaker, wie er dann quasi Fortnite spielt. Ist schon ein nettes Detail hier mit dem Fernseher, Flachbildschirm, natürlich Thor. Ich meine, da kann sich das alles ohne Probleme leisten. Aber jetzt natürlich die wichtige Frage, wie verhält sich dieses Set im Vergleich mit anderen? Jetzt haben wir hier zum Beispiel für 30 Euro nochmal den Captain Carter and the Hydra Stomper daneben. Das sind von der UVP her beides genau die gleichen Sets. Ich muss aber trotzdem sagen, für Kinder würde ich eher den Mech jetzt hier empfehlen. Insofern die den Mech noch nicht haben. Und für Ältere dann eher das hier. Das finde ich ziemlich cool, dass man halt so eine andere Zielgruppe nochmal hat. Ganz ehrlich, als Kind, was soll man denn hier mit groß anfangen? Da verstehe ich ehrlich gesagt die Altersangabe von Lego nicht so ganz. Auch gerade jetzt hier im Vergleich zu den 35 Euro Set. Wo ich allerdings nochmal überlegen würde, bzw. was ich eher empfehlen würde, ist diese Libelle von Black Panther aus dem Black Panther Film. Die gibt es für 20 Euro Liste tatsächlich auch im freien Handel. Das heißt, sie ist wesentlich günstiger mit Rabatt auch nochmal zu haben als jetzt dieses Set. Und hat mir persönlich, ja, also mindestens den gleichen Spaß gebracht wie dieses Set jetzt. Aber für wen ist das Set geeignet? Ja, ich würde mal ganz blind sagen, für jeden Filmfan, der Spaß an den Easter Eggs hat. Für jeden, der sich sowas gerne ins Regal stellen möchte. So eine, ja, eine Art Comic-Ecke oder Marvel-Ecke könnte ich mir auch gut vorstellen. Denn daneben kann man ja auch zum Beispiel als Stopper für die DVDs, okay, DVDs benutzt heute keiner mehr. Oder für irgendwelche Comics oder sowas benutzen. So könnte ich es mir auch gut vorstellen. Ich würde gerne mehr von diesen kleinen Vignetten sehen. Also ich glaube, wie nennt man das, wenn es so kleiner ist? Da gibt es ja noch so viel Potenzial aus Iron Man, aus Captain America, aus den anderen Avengers-Filmen. Aber für das erste ein für mich gelungenes Set. Und jetzt bin ich gespannt auf eure Meinung. Kauft ihr euch das Ding? Oder sagt ihr eher, ja, ich bin mehr so der Mech-Typ, der halt was aufbauen will? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bis dahin. Ciao, ciao.